servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal ein video heute das auf eurem wunsch her entstanden ist da einige leute in den kommentaren zu einem der letzten videos geschrieben haben sie haben immer noch in quartier übelste lags so dass es teilweise in der zone unspielbar ist und da quasi ist der wunsch entstanden mal nachzugehen was denn der grund dafür ist ob blizzard daran arbeitet pipapo also gucken wir uns das ganze mal an wenn euch das video gefällt am ende lasst gerne ein like und ein abo da aktiviert die glocke damit würdet ihr mir sehr helfen und wir starten erst mal rein grundsätzlich war ich ein bisschen überrascht von dieser anfrage da bei mir persönlich wobei ich bin auch nicht mehr so viel in quartier unterwegs ich persönlich hatte nicht so große leck probleme zumindest nicht in quartier und im schlund selber auch nicht wo es teilweise richtig übel wird ist wenn man in kampf mit morgert geht beziehungsweise da einer gruppe beitritt da habe ich auch schon tierische lecks erlebt und kleiner spoiler dass es auch letzten endes mehr oder weniger das übel des problems wenn wir uns jetzt mal ein paar ältere beiträge anschauen die probleme selbst bestehen eigentlich schon seitdem der patch im juli erschienen ist hier berichten erste user davon dauert bis zu zwei minuten bis man kisten öffnen kann mobs looten kann cast gehen nicht durch man läuft auf der stelle bitte tut etwas blizzard wir sehen 170 antworten darauf und haben wir einen beitrag von blizzard dazu jawohl sie schreibt damals hallo uns sind keine allgemeinen probleme in der zone bekannt dies bedeutet nicht dass das bei einigen spielern nicht dennoch nicht dass bei einigen spielern nicht dennoch lecks auftreten können also dann kam noch mal dazu update nach dem post hier waren wir im hintergrund noch weiter aktiv und haben uns mit der technik in verbindung gesetzt wir werden hier gerne weitere untersuchungen anstrengen wichtig dabei ist dass diese nur möglich ist wenn der spieler online ist dass wir dies online auf dem server testen müssen wenn das problem auftritt okay ziemlich größerer beitrag der das ganze ja sind halt so klassiker wieder mit wo gesagt wird man resettet euer interface pipapo wenn wir uns das weiter mal anschauen auch in den us foren da ist auch schon vom juli wo leute von corti in cortia mit einem leck berichten dass sie teilweise einen extrem hohen ping haben hier bezeichnet einer 650 noch als luxus da hat kein blue post drauf geantwortet bei reddit auch hier vor zwei monaten schon immer noch extreme lecks und wenn man das ganze mal durchsucht findet man eigentlich auch noch bis in den september rein sowohl im forum als auch auf reddit beiträge die sich diesem thema widmen aber jetzt ist halt die frage woran denn jetzt genau und wir haben es am anfang schon angedeutet ich habe mehrfach gesucht und von blizzard selber sehr sehr vage beiträge gefunden nichts wo sie es nicht bestätigt haben so wie beispielsweise beim sylvanas fight wo sie auch gesagt haben der fight ist so komplex und es laufen so viele berechnungen dass es da eben zu beim pull zu lecks kommen kann was ich aber gefunden habe ist ein beitrag von icy veins die sich damit auseinandergesetzt haben auch schon am 16 juli also das thema ist schon bald seit drei monaten bekannt und das problem liegt tatsächlich an world boss morget wohl das problem ist halt dass die lecks können immer auftreten da dieser world boss ja eigentlich rund um die uhr zur verfügung steht also manchmal wenn er auf einem server umgeklatscht wird dauert es ein bisschen bis er nachspawnt ja aber ihr könnt ihnen weiß ich genauso gut dienstag abends um zehn klatschen genauso wie donnerstags morgens um elf also dieser boss ist immer verfügbar und das problem an dieser sache ist dass wenn eben der world boss von vielen spielern in einer zone gepullt wird man sollte eigentlich meinen das sollte kein problem sein kann das aber lecks verursachen die sich auf die gesamte zone in der der boss sich befindet auswirken können das problem an der sache ist jetzt vorher hatten wir die world boss halt in einem von vier gebieten und nicht überall waren so viele spiele aktiv und so weiter und so fort da haben es nicht so viele mitgekriegt oder es war teilweise nicht ganz so krass jetzt ist aber courtier und der schlund halt das endgame gebiet wo sich in der regel dann auch mehr spiele aufhalten die das mehr mitbekommen die server sind mehr ausgelastet die zone ist besser besucht und so weiter und so fort ich weiß in die company sollte glaube ich eigentlich nicht passieren aber genau das ist der fall dadurch dass wir courtier und der schlund verknüpft sind und da alle unterwegs sind und es bei dem world boss zu teilweise massiven lags kommt wirkt sich das dann direkt auf alle aus das ist dann teilweise mal mehr mal weniger schlimm je nachdem wie viele leute in dieser zone unterwegs sind aber ja es scheint möglich zu sein blizzard hier sind auch ein paar beiträge nochmal aufgelistet von reddit die das ganze zusammenführen und hier in dem beitrag wie gesagt er ist bald drei monate alt heißt es blizzard ist sich des problems bewusst aber es ist wohl scheinbar nicht so einfach was dagegen zu tun warum auch immer an dieser stelle würde ich euch gerne mehr verraten was ihr gegen dieses problem machen könnt aber scheinbar gibt es da keine patent lösung und ich erinnere mich nur zurück an patch 8.3 wo wir zum beispiel nach pandaria zurückgeschickt wurden ins teil der ewigen blüten und er ist sogar gerade aktiv der world boss großkaiserin schicksera und da war es bei mir richtig krass in courtier merke ich es nicht mal so schlimm manchmal wenn ich den world boss pulle ja aber wenn ich selber da im questen bin geht es aber hier im teil der ewigen blüten wenn ich da gequestet habe und dieser world boss hier war aktiv alle zwei wochen holy moly es war eine katastrophe zumindest so mittwochs rum du konntest teilweise nicht spielen den world boss hatte ich zumindest das problem dass du teilweise keine ahnung stand es zwei minuten davor und hast einen cast durchgekriegt und konntest am ende froh sein wenn der boss lag dementsprechend es ist kein neues problem leider und an dieser stelle ich habe mir ehrlich gesagt nie groß vorher gedanken gemacht aber es ist wenn das schon in früheren addons auftrat muss ich glaube ich blizzard die frage gefallen lassen warum kriegt man das nicht in den griff es scheint auf jeden fall ich kenne mich damit nicht aus deswegen will ich da keine vorwürfe machen scheint jetzt wohl nichts zu sein was man mal eben an einem tag beheben kann aber weiß nicht vielleicht kriegt man es hin und bügelt diesen fehler bis zum nächsten oder vielleicht bis zum nächsten patch whatever vielleicht kriegt man das noch in irgendeiner form ausgebügelt also in diesem sinne ich hoffe ich konnte euch ein bisschen aufklärung gönnen ein bisschen helfen damit danke fürs zusehen bis zum nächsten video reingehauen